Die Museumsinsel Berlin, bedeutendster Museumskomplex, der Hauptstadt des bevölkerungsreichsten Landes der Europäischen Union, UNESCO-Weltkulturerbe. Eigentlich würde man erwarten, dass es hier gepflegt und einladend aussieht, so wie in anderen Kulturstädten auch. Aber das ist nicht der Fall. Während sich bei den Museumsgebäuden auf der Spreeinsel durch die jahrzehntelang Sanierungsarbeiten einiges verbessert hat, wirkt die direkte Umgebung vielerorts vernachlässigt und heruntergekommen, und dies seit Jahrzehnten. Schmutz, Graffiti, Angsträume, nicht gepflegte Orte ziehen Vandalismus an. Verunstaltungen, die nicht zeitnah beseitigt werden, laden zu weiterem Vandalismus ein. Die Schlossbrücke erbaut nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel. Berlin sieht seine Museumslandschaft gerne auf einer Höhe mit Paris und London. Aber sieht es dort auch so aus? Notleidende, absterbende Bäume in festgetretener Erde. Ein kaputter, notdürftig gepflegter Bodenbelag, unverändert seit Jahrzehnten. Zwischen den Museen überbreite Asphaltflächen für den Straßenverkehr und parkende Busse. Ein schmaler Bürgersteig für die Fußgänger. Ungepflegte, teilweise verwilderte Grünflächen hinter dem Dom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017